so wir haben ja gestern in storm in westphal komplett fertig gemacht da haben wir am leuchtturm die quest abgegeben alles verkauft sehr schön kuppe und hier 30 silber für leinenstoff auch gut wir haben hier noch die quest die wir hier auch instrument machen müssen trockene zeiten fesschen merlot fesschen merlot gibt es hier hinten muss jetzt gerade gucken donnerbräu habe ich aus der bank geholt fesschen merlot aus stormwind das wäre hier bei ihm festlein mit merlot gut das haben wir dann müssen wir nach goldheim glaube ich schlauch mit süßen rum aus goldheim ok und wir müssen ja eh noch an den eingang von storm stormwind weil wir haben noch die eine quest hier botschaft nach stormwind der general marcus jonathan oder marcus jonathan der sitzt ja hier draußen auf seinem fährt ja da hat gerade einer auch die quest abgegeben dann darf man erst mal nach storm nach goldheim und wir müssen dann nach mensch dämmerwald dunkelhain flasche fusel was finde wir haben wir eigentlich 20 gleich 21 ok hat die musik hier im wald von elben dies einfach so schön entspannend oder also ich weiß noch wie ich das allererste mal ww gespielt habe ich war einfach nur geflasht von dem spiel ich habe damals eine auch ein magier angefangen zu spielen auch mensch magier habt da hinten angefangen zu questen es war einfach nur geil und dann hier nach goldheim kommen die ganzen quests hier erleben ja mit der zeit hat dieses tolle neugefühl nachgelassen schank kellner schlauch mit süßem rum ja mit der zeit hat halt auch dieses neugefühl nachgelassen aber mit jedem neuen addon was kommt ist es halt wirklich dieses wow geil das spiel ist einfach bombe so nach dem motto und wie ww classic rausgekommen ist ich habe mich so hier dran fest gesuchtet ich hatte dann teilweise auch probleme beim aufnehmen gehabt weil ich habe zu viel ww classic gespielt und habe die aufnahmen von retail vernachlässigt und da bin ich teilweise schon in die brädule gekommen also wer es so gewesen wie vorletztes jahr im august oder letztes jahr im april dass ich dann auf einmal ins krankenhaus gemusst hätte dann wäre nichts online gekommen gut wer jetzt auch nicht schlimm aber ja ja ich sag mal wir sind glaube ich bei retail moment ich habe ja hier des den wie heißt es moment ich muss kurz gucken wie das ding heißt nicht internet explorer moment ich muss kurz hier gucken windows explorer genau heißt das ding wo sind wo sind jetzt schon wieder hin wenn wir jetzt hier warten bis er wiederkommt hallo hallo ich bin zu dir geschickt worden also bearbeitet habe ich bis folge 1559 1559 folgen ww und dazu kommen noch hier ich glaube wir sind jetzt hier beim classic auch schon bei folge 50 und dann die ganzen die ganze was macht er hier ehre dem könig freund geht weiter mit bürger hier gibt es gibt hier nichts zu sehen schade ja dann gibt es noch die ganzen bar von mit fluch die ganzen lego spiele gta 4 gta 5 minecraft so andere kurze spiele wo nur ein paar folgen gekommen sind das sind so viele folgen ich glaube ich bin bei über 2000 bei youtube oder so eine kleine aber feine gemeinde irgendwas 195 verlor ja langsam wird es zeit dass du mal wieder hier aufs pferd kommst freund das licht sei mit euch auch kaum ja ich habe keine ahnung wie lange da jetzt noch brauche ich habe jetzt auch keine lust hier zu stehen und zu warten so ähm was noch fässchen mit merlot kommt dahin das kommt dahin dass es auch ein quest gegenstand das verzauber kunst ich will dann kurz mal was gucken erstmal bleibt gegrüßt reparieren äh entzaubern verkaufen 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 entzaubern verkaufen 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 behalten wir mal so man sieht sie wir gehen mal kurz ins auktionshaus und schau mal wieviel das rezept hier bringt bringt gar nichts ok was ist hier mit sechs stück für 50 dann machen wir hier für 20 19 19 hier 20 auktion erstellen muschelfleisch 1 30 und zehner stack genau murloc auge bringt auch nichts kleine irisierende perle 2 50 kommen machen wir so einzelne rein auktion 3 kriegt die teurer hier verkauft so such dir was bestimmt so kommen ja komm da drauf habe ich jetzt keinen bock ich verkaufe das alles hier beim händler das kann weg ja wir gucken jetzt noch mal ob er schon mit auf dem pferd sitzt ansonsten bringt ja nichts wir können uns ja nicht stundenlang hier jetzt aufhalten und warten dass er endlich mal unsere er sitzt immer noch nicht auf dem pferd mal nochmal ja das ist halt scheiße programmiert das ist etwas blöd gemacht gut dann dunkelhain ja ich würde die quest schon gerne fertig machen weil wir kriegen da glaube ich hier sind mit münzen prall gefüllter gelbbeutel da kriegen wir nämlich auch das geld zurück was wir für die ganzen sachen ausgegeben haben plus einen kleinen bonus ich brauche einen flug nach seenhain bitte der fliegt aber der fliegt nicht zur gleichen stelle wie wir ansonsten wäre nämlich immer noch direkt vor uns so wenn wir dann auf die uhr gucken zwölf minuten 20 bis mal da sind 13 13 halb minuten wir laufen heute auf jeden fall noch nach dunkelhain dunkelhain genau und ja da haben wir heute nicht viel gemacht eine viertelstunde mit nichts tun verbracht so auch schön außer mit durch die gegend laufen natürlich aber achtet jetzt mal drauf wenn wir jetzt ins rotkamm gebirge kommen wegen der musik also jetzt ist keine musik aber gerade eben war ja und vergleichen es mal dann mit der musik die hier im rotkamm gebirge ist wenn denn musik kommt so hallo ah ja ich habe eben schon gedacht wir werden wir schon wieder abgestützt so blinzeln 15 sekunden abklingzeit durch blinzeln kommen ganz kleine stücken weiter voran 20 meter nach vorne wie viel mana kostet das denn 130 regenerieren wir das in der zeit müssen wir darauf achten also wir sind jetzt bei 738 also 738 wie wir angefangen haben zu blinzeln ja 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 wir regenerieren minimal aber ein ganz kleines bisschen weil blinzeln brauchen wir jetzt vor allem im dämmerwald weil da sind glaube ich wo wir jetzt lang kommen gegner stufe 22 23 wenn ich mich nicht irre so so da 20 hier ja von denen müssen wir auch einige killen dann 19 die musik hier gefällt mir nicht nö die musik gefällt mir nicht so düster so so oje haben wir noch einen weiten weg von also wir müssen glaube ich hier drüben hin so so hier gibt's rare ware ähm ingi brauchen wir nicht brauchen wir auch nicht wird fraktion bootie bay ist euch gegenüber jetzt neutral eingestellt sehr schön da ist eine spinne die ist mir zu nah an der straße ja und sie hat uns natürlich gesehen dass mich in ruhe was hat der nichts für uns hier drüben ist es noch interessanter fragezeichen das heißt die sind mindestens zehn level über uns wir können ja mal kurz gucken der müsse glaube ich level 31 sein auf fragezeichen fragezeichen die sind alle fragezeichen 29 also ab 30 sage ich mal und hier in dem haus ist eine elite gegner anwesen der dust menthols mist menthols nicht das menthols ok lass mich so und wir sind in dunkelhain angekommen 18 minuten schon wieder unterwegs gut dann würde ich sagen wir machen morgen weiter